Hi und herzlich willkommen zu einer kurzen, knackigen Analysis-Aufgabe aus der Aufnahmeprüfung von der Cambridge University. Und das Schöne an dieser Aufgabe ist, dass sie auf den ersten Blick total schwierig aussieht, aber letztendlich mit ein paar cleveren Ideen ganz einfach zu lösen ist. Es geht darum, von dieser ziemlich abgefahrenen Funktion, die sogar Potenzen im Nenner hat, den größtmöglichen Wert zu bestimmen. Und man hat natürlich auch, wie immer hier bei Cambridge, Auswahlmöglichkeiten, aber man kann nicht so richtig was daraus schließen. Das heißt, man muss hier schon ein bisschen rechnen. Macht mal das Video auf Stopp und schaut mal, ob ihr es herausfindet. Ich gebe euch dann, wie immer, ein paar Tipps und ich glaube, dann findet ihr die kurze, knackige Lösung eigentlich auch fast wie von selbst. Mein erster Ansatz war zu sagen, größtmöglicher Wert einer Funktion, das ist ja sozusagen der y-Wert vom Hochpunkt, wenn denn dieser Hochpunkt ein globales Maximum ist, falls der Hochpunkt nur ein lokales Maximum ist, könnte es auch was zu tun haben mit Randextrema oder aber dem Globalverlauf. Und darauf aufbauend könnte man jetzt denken, man macht den Standard. Ableitungen bilden, notwendige Bedingungen, hinreichende Bedingungen und dann eben hinterher die fehlende Koordinate ausrechnen und gucken, ob es wirklich der höchste Punkt der Funktion ist. Aber es geht komplett ohne Ableiten. Man kann nämlich einfach sagen, naja, diese Funktion hier ist ja offensichtlich als Bruch dargestellt. Und ein Bruch wird möglichst groß, wenn der Nenner möglichst klein wird. Weil dann teilt man die 1 hier oben, die ja konstant ist, durch möglichst wenig. Also, wir kehren das Problem quasi um. Anstatt den Wert zu maximieren, minimieren wir den Nenner. Und das ist hier die clevere Idee. Minimiere den Nenner. Und dieser Nenner, der jetzt also hier von unserer Idee her minimal werden muss, den kann ich umformen. Ich kann nämlich schreiben, 5 hoch 2x minus 4 mal 5 hoch x plus 7. Das ist das gleiche wie Potenzgesetze 5 hoch x in Klammern hoch 2. Weil ihr wisst ja, wenn Exponenten multipliziert werden hier oben, könnte ich mir auch einen der beiden aussuchen, weil es ja kommutativ ist, und den da drüber setzen. Also, a hoch b in Klammern hoch c oder auch a hoch c in Klammern hoch b. Und jetzt seht ihr es vielleicht schon. Jetzt habe ich nämlich 5x zweimal in dem Ausdruck drin und einmal mit Quadrat und einmal ohne Quadrat. Und das ist natürlich ganz interessant für binomische Formeln. Ich mache mal noch eine kleine Substitution und ersetze hier 5 hoch x durch ein u. Dann sieht man es ein bisschen besser. Dann steht da nämlich u Quadrat minus 4 mal u plus 7. Und jetzt kann man sich ja überlegen, dass da gar nicht mehr viel fehlt. u Quadrat könnte ich auch schreiben minus 2 mal 2 mal u. Das bräuchte jetzt noch plus 2 Quadrat, um eine binomische Formel zu werden. Und diese 2 Quadrat, die kann ich mir abspalten aus der 7. Das ist ja einfach 4. Das heißt, ich kann die 7 zerlegen in 4 und dann gibt es noch 3. Und damit habe ich erreicht, dass hier genau alle Bestandteile sind für die zweite binomische Formel. a hoch 2 minus 2 mal a mal b plus b hoch 2. Und das kann ich jetzt sozusagen wieder verpacken in eine Quadratformel mit u minus 2 innen drin. Und dann habe ich noch am Ende die plus 3. Und was bringt mir das? Naja, ihr habt ja schon gesehen, ich hatte substituiert. Eigentlich war das ja gar kein u. Ich mache es also mal rückgängig. Er setzte also u wieder zurück durch 5 hoch x. Das hatte ich nur gemacht, damit man es besser sieht. Und dann haben wir 5 hoch x minus 2 Quadrat plus 3. Und das war der Nenner. Der sollte minimiert werden, haben wir gesagt, damit die ganze Funktion maximal groß wird. Und wann wird das minimal? Naja, wir haben hier ja ein Quadrat. Und über Quadrate wissen wir, dass sie immer größer gleich 0 sind. Und wann wird dieses Quadrat also so klein wie möglich, sprich 0? Wenn 5 hoch x minus 2 gleich 0 ist. Und das wird genau dann passieren, wenn 5 hoch x gleich 2 ist. Und das, keine Ahnung wann genau das passiert, Aber das passiert irgendwann, weil 5 hoch x ist so eine Exponentialfunktion. Die schneidet die y-Achse wie fast alle Exponentialfunktionen bei 1. Und irgendwann, ein bisschen später, wird sie zwangsläufig die 2 erreichen. Das heißt, es existiert irgendwie so ein x, das in unserem Quadrat hier 0 rauskommt. Und wenn hier 0 rauskommt, und das ganze Quadrat dann 0 wird, und dann noch plus 3 gerechnet wird, dann ist das also irgendwann 3. Und das ist die kleinstmögliche Zahl, die in diesem Nenner herauskommen kann. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass dieser Nenner da oben so klein wie möglich sein soll, also 3, naja, dann würde die Funktion im größtmöglichen Fall ein Drittel als Wert annehmen. Weil dann steht hier unten einfach eine 3 und oben die 1, die bleibt. Das heißt, der größtmögliche Wert der Funktion ist ein Drittel, weil der kleinstmögliche Wert vom Nenner 3 ist. Ja, und das ist schon die Lösung der Aufgabe. Wenn ihr sagt, das war irgendwie ein bisschen schwierig, mit Exponenten zu rechnen und irgendwie noch dabei zu substituieren, dann schaut doch mal hier rein. Da wird so was ganz Ähnliches gemacht. Und wenn ihr sagt, nö, war alles easy peasy, ihr wollt lieber mehr machen aus diesen Aufnahmetests der Elite-Unis, dann empfehle ich euch die Playlist da unten. Ganz viel Spaß damit und bis bald. Macht's gut.